Grippeimpfung. Der Grippe, eine lange Nase zeigen. Erkältungszeit. Es geht schon wieder los. An allen öffentlichen Plätzen wird wieder gehustet, genießt und die Nase geputzt. Wie kommt man am besten um eine echte Grippe mit Fieber, Kopf und Gliederschmerzen herum? Indem man sich gar nicht erst ansteckt. Im Oktober bis November sollte man sich deshalb bereits mit einer Grippeimpfung schützen. Die bei der BIC ohne Zusatzkosten verbundene Impfung enthält meistens drei verschiedene Virustypen, die jedes Jahr aktualisiert werden. Besonders empfohlen wird es einigen Risikogruppen. Menschen über 60 wegen dem nachlassenden Immunsystem. Personen mit Erkrankungen wie Asthma, Diabetes und Herz-Kreislauf-Beschwerden. Schwangere, damit bereits das Baby mitgeimpft werden kann. Menschen, die viel Umgang mit anderen Menschen haben, zum Beispiel Krankenpfleger, Erzieher oder Ärzte. Aber Vorsicht! Diese Impfung ist keine hundertprozentige Garantie, nicht doch zu erkranken, da sich Viren ständig weiter verändern. Deshalb ist es ratsam, darauf zu achten, sich regelmäßig die Hände zu waschen. Mit Seife und auch zwischen den Fingern. So werden Viren beim Händeschütteln oder Berühren der Türklinken nicht übertragen. Auch vermeiden sie möglichst, das eigene Gesicht zu berühren. In einer durchschnittlichen Saison verursachen Grippeerreger ein bis sieben Millionen zusätzliche Arztbesuche. Grippeviren können schwere Lungenentzündungen verursachen oder sogar tödlich verlaufen. Grippeimpfung. Der Grippe eine lange Nase zeigen. Von Ihrer BIC direkt gesund.